Das ist ein Brustlöser. Letzter Heimsieg vergangenes Jahr im Oktober gegen Halle. Und weiter geht's. 4-0. Der eingewechselte Push. 67. Minute. Das ist die Entscheidung. Ein klarer, verdienter Heimsieg für den MSV. Göbel mit dem Fehler im Aufbauspiel. Stoppelkamp. Na wer sonst? Und Push. Alle Spiele der dritten Liga live bei Magenta Sport.